Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu, ich wollte schon Craft-Attack sagen, zu Magica mit dem Z zu dem I, zu dem N, zu dem Anus. Anus? Anus? Habe ich hier Anus gehört? Zanus, Zinus, Zinus natürlich. Hallo, mein Name ist Herbert. Mein Name ist Unter. Wir haben gerade eine Testaufnahme, wo wir uns darüber unterhalten haben, ob jetzt Zinus ein Ausländer ist oder nicht und dass er nicht Herbert heißt. Egal. Ich würde mal sagen, wir sind zurück in der neuen Folge Magica. Heute voll motiviert und mit super Zaubern. Was willst du sagen? Ich fand das andere Thema viel besser, was wir danach hatten. Achso, ja, wir haben uns gerade darüber unterhalten, wo man auf der Gamescom gut kacken kann. Aber das ist jetzt nebensächlich. Wir machen jetzt weiter mit Magica und zwar habe ich mich vorbereitet. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich so gut vorbereitet bin. So motiviert bin. Und zwar möchten wir heute einen neuen Zauber machen, wo wir ein paar Aspekte der Magie so kombinieren, dass wir sie nutzen können. Im Gegensatz zu dem, was wir bei Zinus gemacht haben, weil da haben wir theoretisch den stärksten Spell gemacht. Und dann ist da etwas schief gegangen. Und was da schief gegangen ist, das erfahren sie nur bei Zinus. Okay. Hi. Okay. Ich brauche Lightning Damage. Wo ist mein Lightning Damage? Da ist mein Lightning Damage. Kannst du da drin auch suchen, ne? Was? Oh, das stimmt allerdings. Hätte ich mal machen. Ja, du hast ja wahrscheinlich zu viele mittlerweile schon. Das ist bei mir genau dasselbe Problem. Regeneration Entangle. So, also, was ich kombiniere, ist Projectile. Also das ist ein Angriffsschusszauber mit Lightning Damage und Entangle. Und theoretisch sollte das ein Spell ergeben, der den Gegner einer Bewegung hindert und gleichzeitig Blitze auf ihn regnen lässt. Wer hat da schon wieder sein Buch nicht weggeräumt? Ja, ich glaube Skate. Nein, das war ich. Glaube ich auch. Jetzt am einen mal schnell in den Creative Mode gehen und alles cheaten. Ne, als ob wir das nötig hätten. Wir haben in diesem Projekt noch nie gecheatet. Wir haben uns auch noch nicht mal eine Folge darüber unterhalten, dass wir hier nie cheaten. Ne, ne. Ist so, ja. Ja. Ich frage mich, was ich machen könnte. Hm, Diamantenfarm, damit wir eben Siem haben. Das wäre tatsächlich etwas, was du machen könntest. Oh, das ist echt eine gute Idee. Ich mache das auch. Klar, ist ja auch von mir. Ciao. Überhaupt nicht ein gebildeter Skate hier. Ja, das ist immer so. Aber man gewöhnt sich, gewöhnt sich dran, Leute. Okay, ein Skelett. Hab mich gerade ein bisschen verwirrt. Dankeschön, dankeschön. Du konntest von mir aus auch Widder töten, aber ich hab ein bisschen Angst um dich. Als ob ich, das ist eine echt gute Idee. Das ist echt eine gute Idee. Ja, als ob ich die nicht klatschen würde. Ey, wenn du jetzt drauf gehst, ne. Ich erinnere mich zurück, es gab schon mal so eine Situation, wo du der Meinung warst, oh, Widder schaffe ich locker. Ich bin PvP-Skiller, XD, HD, LP, PvP, XX. Ganz genau. Da dachte ich. Das hast du auch im Namen. Haben wir schon mal eine Green Brune gemacht? Als ob ich ein HD im Namen habe. Ich habe keinen HD. Als, oh, WTF. Du, wir haben einen Brunnen. Schon eben. Was? Was machen wir jetzt? Was? Siehst du das nicht? Ich brauche eine Liane. Ja, easy. Warte, ich besorge dir kurz einen. Weißt du, wo es die gibt? Ja, meistens in Sumpfgebieten, oder? Achso, haben wir einen Sumpf in der Nähe? Ja, klaro. Ich habe einen mal gefunden. Ich habe ihn schon wieder auf der Karte gefunden. Er ist nicht mal so weit weg. Kann ich dann Waypoint hinsetzen? Ja, sehr wahrscheinlich nicht. Warte, ich muss mal kurz gucken, in welche Richtung ich laufen muss. Oh, ich muss gucken, dass meine Effekte nicht aufhören. Hier in die Richtung. Okay. Wo ist denn der? Der hast du sehr wahrscheinlich noch nicht freigeschalten. Aber es ist mega chillig. Jetzt können wir kurz hinfliegen. Ja, ja. Sobald ich fliege, der jetzt einfach hinterher. YOLO. Okay. Ich hoffe nur, dass ich richtig fliege. Aber es ist halt echt geil, wenn du die Effekte kombinierst. Ich habe das Gefühl, dass du dann halt tatsächlich schneller fliegst. Echt? Mit dem Jumpen und mit dem Fliegen? Ja. Also ich glaube, ich werde es gleich mal ausprobieren in der Luft. Komm, ist natürlich schon ziemlich cool, ja. Jetzt meinen Flug-Effekt verlängert habe und die anderen Effekte in 10 Sekunden auslaufen. Und wenn ich dann langsamer bin, dann funktioniert es tatsächlich. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich muss nochmal kurz auf der Karte nachgucken. Ja, es ist tatsächlich so. Man ist mit dem anderen, glaube ich, schneller. Okay. Ich habe mich ein bisschen verflogen. Ach, komm schon, Zinos. Ja, das ist ja mein... Was lernt man bei euch in der Schweiz denn? Ja, also navigieren kann ich auf jeden Fall nicht. Aber das solltest du mittlerweile wissen eigentlich. Das stimmt. Da hole ich mir immer Klüm, wenn ich jemanden brauche, der sich auskennt. Das ist sauschlecht. Deswegen, das Geilste ist ja, mal hier ein random Joke am Rande. Wie alle eigentlich wissen, ist ja Klüm eigentlich jemand mit saugutem Orientierungssinn, ne? Kann sein. Ja, und als er uns abgeholt hat, als wir ihn in Düsseldorf besucht haben... Oh, oh. Boah, ich wäre fast gestorben. Jetzt hat er sich einfach zehnmal verfahren oder so. Hä? Wohnt er nicht dort? Doch, aber der wollte es uns zum Hotel bringen und er ist einfach... Wo sind wir jetzt, Zinos? Hier, direkt vor uns ist es. Siehst du doch hier. Nö, ich sehe das nicht. Ah, cool. Ja, perfekt. Ich kenne mich aus. Es müsste nur jemand noch eine Schere dabei haben. Habe ich. Cool, oder? Ja, natürlich. Ich habe eine Portalgang dabei. Er ist voll überrascht. Okay, ich habe es. Ich habe es. Okay, hat das einen IMC-Wert? Ähm, ja. Sehr schön. Ganze acht. Tschu. Sehr cool. Ah, da bist du. Ja. Richtig gut, ey. Wurde es noch kurz spannend in dieser Folge? Ich hätte nicht gedacht, dass wir tatsächlich das Zeug haben dafür. Hoffentlich kommt jetzt nichts mehr. Sowas richtig krass ist wieder. Nochmal. Ah, ich wollte ja Widder töten. Kannst du mir Widderköpfe droppen? Äh, ja klar. Wenn ich sie rausgezogen bekomme, ne? Ah doch, ich habe noch genug. Eins, zwei, drei. Jetzt habe ich aber kein IMC mehr. Liegen am IMC-Table. Ich kann mir, ja. Jetzt mache ich kurz IMC. Das ist heftig. Slime. Das ist halt echt so. Das ist so cool als ein paar Widder und dann hat es sich vervielfältigt, das Zeug. Slime. Meiner ist fertig. Wir können den gleich am Widder ausprobieren sogar. Ähm, hast du... Äh, äh... Ja, hast du das? Was willst du von mir? Toll Sand. Ja, habe ich nicht. Oh Gott. Ja, ich gehe kurz fahren. Hast du... Äh, 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 äh... Ist eigentlich voll gemein. So. Wollen wir gleich zwei auf einmal spawnen? Leiten. Nicht übertreiben. So, theoretisch habe ich den Zauber. Jetzt bin ich mal gespannt. Wo bist du? Also... Im Nether. Im Nether. Ich bin mal gespannt, wie viel Mana der kostet und wie viel Schaden der macht. Willst du nicht zuerst testen, ob es überhaupt möglich ist? Ja, klar. Warte, ich will mal testen, ob du mich instant killst. Hier bin ich. Lol. Du kannst ihn auch nicht anwenden. Wow. Der ist ja richtig stark. Ich habe einen Zombie getuhittet. Und er konnte sich... Und er... Saut... Saut mein ganz... Oh. Oh, lol. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich werde sterben. Als ob ich gestorben bin. Als ob gerade. Das ist Entangre. Boah. Das ist ja super OP. Ey, mach mir den auch, Digga. Das ist ja der Hammer. Lol. Wie man einfach so darstellt. Ich dachte, jetzt zieht er mal seine Rüstung an. Zieht er endlich seine Rüstung an. Und dann so... Oh, ich bin tot. Ich war gerade auch überrascht, dass es so schnell ging, ne? Ohne Battle-Armor. Also, das ist halt echt geil, wenn wir das auf dem Widder draufkriegen. Ich glaube, es gibt sogar noch andere Zauber. Lol. Der steht halt einfach rum. Es gibt noch andere Zauber, die glaube ich sogar... Aber das hält nicht ewig. Okay. Lass mal einen Widder... Hey, das ist ja mega OP. Lass mal einen Widder spawnen. Jetzt. Also, es hält irgendwie für 10 Sekunden. Das können wir echt mal ausprobieren. Aber nicht hier oben, bitte. Ne, ne. Schon nach unten gehen würde ich sagen, oder? Ja. Level 22. Ich überlege gerade, ob der Widder dann wohl noch schießt, ne? Das ist auch so eine Sache. Ja, das ist interessant. Alter, eine Portal Gun hat einen Wert von 150.000. Ich lerne mal die Portal Gun. Nur 150.000 geht eigentlich noch. Wenn wir der Meinung sind, können wir da neue Portal Guns hercheaten. Die nützen uns zwar reichlich wenig, aber falls wir sie mal verlieren, müssen wir einen Widder töten für so eine Portal Gun. Was auch noch cool... Ja, macht Sinn. Was auch noch cool wäre, wenn wir Night Vision hätten. Stimmt. Wo bist du jetzt hin, damit ich ihr folgen kann? Einfach nach unten springen. Achso, stimmt. Wir haben ja so ein... Wir haben ja ein Loch. Warte, ich kriege mal schnell den Effekt, dass es egal ist, wenn ich da runterfalle. Juhu. Sehr gut. Und dann hier. Wo die Ege. Zu der wilden Hilde. Bin echt gespannt. Ich habe jetzt voll Bock, den mit diesen... Hoffentlich funktioniert das halt auch wirklich, weil ich meine, der Widder hat ja Boss-Level. Also das ist ja jetzt nicht so einfach, was du mal Lock-Riesi kaputt machen kannst. Lock-Riesi. Und wir haben noch ein Problem. Aber eigentlich habe ich natürlich diese Gun hier dabei. Ja, wir brauchen Epic Potions. Ich kann die nur zweimal anwenden, dann ist mein Zeug leer. Okay. Zack. Zack. Sehr schön. Bist du stark da? Ne, ich muss noch schnell ein paar Epic Potions holen. Sonst wird das nix. Also da brauchen wir uns gar nicht drüber halten. Wieso nimmst du nicht gleich einen Dary? Weil ich nicht mehr so viel Mana habe, glaube ich. Ja, so viel. Ne, die sind zu teuer. Ich nehme lieber zwei. Ach, ich hole mir mal schnell. Warte. Verbrennen wir das. Und ich muss irgendwas verbrennen. Ich hole mir schnell ein paar Diamanten. Ja, warte. Ne, 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 warte. Ich kann dir genug rausziehen. Ich habe 200.000 EMC. Was hast du? 200.000 EMC. Äh? Immer wenn es anfängt zu regnen, bewege ich mich so komisch. Das hat mir schon letztens jemand gesagt. Ich frage, äh, in die Kommentare geschrieben, na? Okay. Ja, zwei Potions sollten reichen. Hast du auch? Was machst denn du? Warum ziehst du dich jetzt aus? Weil ich gucken wollte, an was es liegt, dass ich mich so komisch bewege. Okay. Okay. Ich bin startklar. Wir haben das Portal. Müssen nicht mal da runter springen. Ja, ob ich das treffe mit meinen, äh, Lass noch kurz pennen gehen. Dann hört es nämlich auf zu regnen und ich habe diese Störung nicht mehr. Du hast halt echt so eine kleine, das ist so ein Tick, ne? Das ist eine Behinderung bei dir. Ist halt echt so. Das macht mir auch Sorgen. Monster ist nearby. Soll ich mal? Ja. Lol. One hit. Okay. Und? Ich kann liegen. Okay, ich versuche es. Nee, ich nicht. Aber weißt du was? Tschüss. Okay. Ist wieder Tag. Bei uns ist Morpheus an, egal ob wir wollen oder nicht. Guck mal. Ich kann mich wieder normal bewegen. Es liegt tatsächlich am Regen. Das ist ja bescheuert. Hast du irgendwas genommen vielleicht? Oh. Nein. Ich komme da nicht durch. Mit dem Jump. So, jetzt aber. Ja, ich dachte schon. Einverstanden. Bist du startklar? Weiß ich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall den Zauber draußen. Ich werde auf jeden Fall erstmal den Zauber abfeuern. Oh. Da habe ich mich leicht verbaut gerade. Geh auf jeden Fall sofort zurück, sobald du. Ich habe jetzt das Portion schon drin. Zwei Minuten haben wir. Und geh zurück. Als ob ich zurück muss. Okay, warte mal. Was hast du jetzt gemacht? Ja, ich wollte gucken, ob es schon geht. Aha. Mal sehen, ob es jetzt gleich geht. Okay. Ich muss ein bisschen nach vorne, glaube ich. Damit ich ihn safe treffe. Er kann sich nicht mehr bewegen. Oder? Oder doch. Oh. Ja, er kann sich noch bewegen. Okay, das erstaunt mich gerade. Aber er macht trotzdem ordentlich Schaden. Guck mal auf seine HP-Bar. Achtung, geh mal zurück. Als ob. Das ist ja echt heftig. Der macht schon gut Schaden. Also ich bin auf jeden Fall absolut zufrieden. Da muss ich einige abfeuern, damit ich so viel Schaden mache. Und jetzt stell dir mal vor, wir haben auf dem Ding noch einen Damage-Multiplikator drauf, den es ab Red-Level gibt. Oh. Ich glaube, wir brauchen noch Healing-Zauber. Wir brauchen da noch den mit Damage-Multiplikator. Ich glaube, dann macht es richtig Spaß. Oh, ich bin halt da tot. Das ist echt krass. Echt? Weil das kotzt mich an, dass wir keinen Healing-Effekt haben. Also das ist halt echt teilweise ein ernstzunehmendes Problem. Hm, das stimmt. Weil ich meine, da kann ich noch so lange hier Regeneration draufziehen, wenn ich die ganze Zeit gewidert bin. Funktioniert der Zauber eigentlich auch, wenn keine Fernkampfwaffen funktionieren? Ja, also bei mir funktioniert er. Ja, bei dir auch. Boah, das Schwert ist aber auch übertrieben stark, ne? Töte ihn. Ja, mit dem Zauber getötet. Nice. Nice. Was hat er Schönes gedroppt? Ein Netherstar. Was für ein Zufall. Hätte ich ja gar nicht erwartet. Ja, lol. Du hast, du kriegst doch den Hals nicht voll. Ich wollte dich eigentlich trollen, als du noch im Inventar warst. Wir müssen den jetzt noch... Lol, ich hab ein halbes Herz. Echt jetzt? Wegen der Explosion? Ja. Oh, oh, Creeper. Wieder ein halbes Herz. Oh, 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 oh. Als ob. Ich hätte gern, ich hätte gern einen Healing Zauber. Krieg ich bitte einen Healing Zauber? Kann ich den? Können wir uns da drüber unterhalten? Der hat fast meine Rüstung kaputt gemacht. Was? Wirklich, hilf mir. Das ist, weil du nicht den Hals voll bekommst. Ich bin noch half life. Ich brauch noch kurz. Kannst du mir kurz das Portal hierhin setzen? Perfekt, danke. Tschüss. Einfach mal abhauen. Ich habe keine Lust mehr, der war mir doch zu stark. Ne, ich hole mir kurz ein paar Potions. Ja, ich habe noch eineinhalb Minuten. Bis dahin muss er down sein. Ich habe ja gar keine dabei gehabt, ne? Okay. Oh, oh. Oh, shit, ein Creeper ist in unserem... Nein, er wird angezogen. Er wird... Oh Gott, ich konnte es noch so knapp retten. Boah, krass. Das wäre ein echtes Problem gewesen, Mann. Oh Gott, oh Gott. Das war jetzt echt ein bisschen heftig. Zum Glück konnte ich den jetzt noch gerade so töten. Der hat fast unseren ganzen Dark Nexus gesprengt. Sehr uncool gewesen. Habe ich dich getroffen? Du solltest vielleicht kurz zur Seite gehen. Vielleicht schaffe ich es noch, bevor ich tot bin. Das ist halt einfach gerade eher so ein MMO-Spiel gewesen. Ich habe so richtig schnell zwischen Schwert-Spammen und Healing-Spammen hin und her gewechselt. Und dann hier mal wieder den Buff rein und den Buff rein. Wenn du wirklich weit bist, erinnert dich eher an MMO eigentlich. Du hast so deine ganzen Buffs und Zauber und so und dann ballerst du halt einmal durch. Das ist mir auch aufgefallen. Ja, aber funktioniert. Also ich würde sagen, wir lernen mal noch den Damage-Multiplikator. Gucken, ob das irgendwie was bringt. Und dann machen wir den Zauber noch stärker. Der ist so schon geil genug. Aber vielleicht geht er noch geiler. Healing ist sicher ziemlich, brauchen wir einen roten, ne? Also müssten wir nochmal gegen den Natur-Guardian oder so kämpfen. Ja, können wir ja jetzt. Wollen wir jetzt nochmal? Also diese Folge ist jetzt zu Ende. Aber wir können es jetzt... Boah, ich habe zu viele von diesen scheiß Sitschels, ey. Mach mal deine zwei Stars in dein EMC-Table. Wie viele EMC hast du dann? Ja, warte, ich muss kurz hochkommen. Du kannst fliegen, ne? Ja, ich weiß. Aber das musste ich halt auch erst einsetzen. Wie du unseren Auren gerettet hast, ey. Das war auch ein Move. Das war echt krass. Ich habe jetzt... Erstmal lernen, schön. Und ich habe jetzt insgesamt 280.000 EMC. Läuft. Guck mal, hier liegt sogar noch das Pulver. Oh, schön. Ein toten Creeper. Ja, krass. Krass, Alter. Das war ein Move. Okay, also heute in der Folge haben wir gezeigt, dass es auch billige Zauber gibt, die ordentlich reinhauen. Wir werden das jetzt in den nächsten Folgen mal noch mit Damage kombinieren, Healing lernen. Und dann sind wir eigentlich vorbereitet, um einfach nochmal den Nature Guardian zu klatschen, um mit... Ah, nee, wir müssen den davor schon klatschen, damit wir die rote Dinger bekommen. Aber das ist ja easy. Das kriegen wir ja locker hin jetzt, sobald du auch den Lightning sauber hast. Locker easy. Alles klar. Super. Achso, stimmt. Ich muss das Auto machen. Aha. Okay, dann danke schön. Was macht er jetzt? Okay. Nicht so, ja. Dankeschön fürs Zusehen. Ich heiße Herbert. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.